oder? Ja, die ganze Zeit. Ist doch bei dir nicht anders, oder? Das kann ich mir total gut vorstellen. Es bleibt einfach alles so. Überhaupt nicht. Ich sehe das nicht so. Im Gegenteil, das wird immer mehr. Wird einfach immer mehr. Geht viel weiter, weißt du? Das auch. Siehst du? Ja, aber guck mal, du hast neulich auch gelacht, als Carrie bei King of Queen's Duck fertig gemacht hat. Ja, aber das ist auch was ganz anderes. Ja, natürlich. Okay. Männer dürfen sich lächerlich machen. Das hat Charme. Bei Frauen wirkt es würdelos. Willst du mir damit sagen, dass Frauen nicht komisch sein können? Doch, komisch schon, aber nicht lächerlich. Weißt du, wenn wir zwei Schauspieler wären, ja? Dann wäre dieses Gespräch hier eher tragisch. Neust du, wenn wir zwei Schauspieler wären, ja? Dann wäre es lustig. Wenn wir zwei Schauspieler wären, ich kann nicht ausjälfen. Ja, das ist ja, hier zwei Schauspieler wären. Untertitelung des ZDF für funk, 2017